Ja man, Butternusskürbis heißt er. Hier ist der breite Teil, da der schmale. Jetzt schälen wir uns den Kürbis fein und dann kommt der Modell Piekser an die Reihe und wird gepiext. Zack. Aufgepiekst. Kann jetzt so schön fein im Räucherofen sein. Den dicken Onkel auch noch. Wir haben ja noch ein bisschen hier was da. Wie am besten? Am besten so. Zack. Und dann hängt es hier schön in der Mittagssonne. Die Dorade? Liegt nach Dorade. Die ist Dorade. Aber wir müssen erst noch die Schuppen abmachen. Und da fließend Wasser natürlich. Da kommen die guten Sachen rein. Gefüllter Fisch mit Weißwurst, Butternuss, Gemüse. Basmati Reis ist noch in der Küche. Der wird noch vorbereitet. Man kann Basmati Reis auch räuchern. Wusstet ihr das schon? Big Techs, Räisch. Njam Njam.